Dos Hill Interpretation Centre Wir nähern uns nun dem Dos Hill Interpretation Centre, das einst eine Festung namens Fort Dau war. Wir werden ungefähr 30 Minuten an diesem Ort sein. An diesem Ort erhalten Sie eine 15-minütige historische visuelle Präsentation. Der Vortrag findet in deutscher Sprache statt. Nachdem Sie die historische Präsentation gesehen haben, haben Sie ein paar Minuten Zeit, um die Festung herumzulaufen und Fotos zu machen. Ihr Reiseleiter gibt Ihnen außerdem einen kurzen Rundgang und erklärt Ihnen die verschiedenen Abschnitte des Nationalparks und der Umgebung. An dieser Haltestelle gibt es Toiletten. Falls Sie diese nutzen müssen, wenn Sie kein Englisch sprechen und Fragen haben, bitten Sie einfach Ihren Reiseleiter, die Sprachübersetzer-App zu verwenden, um mit ihm zu korrespondieren.